Ihr seid Assassin's Creed-Fan und möchtet in die Rolle des Ezio Auditore da Firenze schlüpfen? Dann braucht ihr diese detaillierte Nachbildung seiner versteckten Klinge. Circa 30 cm lang und auf Knopfdruck fährt die Klinge aus. Es ist eine wirklich detailgetreue Gauntlet-Replik aus Kunststoff mit Funktion. Durch verstellbare Riemen passt er sich den Maßen des Trägers perfekt an. Mehr finden Sie auf unserer Webseite closeup.de Die Klinge aus Kunststoffe